Das ist Kevin. Hallo! An Silvester bleibt Kevin ganz allein zu Haus. Ja. Er könnte was trinken. Oder in die Sauna gehen. Doch Kevin plant... Was anderes? Kevin wird tanzen. Kevin Kostner ist... Der mit dem Wolf tanzt. Nee, ist der mit dem Wolf tanzt. Bist du Kevin? Ja. Und Kevin ist... Der mit dem Wolf tanzt. Dann bist du... Ich hab's. Der mit dem Wolf tanzt. Richtig! Was ist hier eigentlich los? Was ist hier los? Kevin Kostner. Der mit dem Wolf tanzt. Silvester 20.15 Uhr. Und danach... Was anderes. Richtig! Ein Fressen für die Geier. Was?